Hey, wir sind Vanja, Micha und ich bin die Lea. Wir sind gerade an der Ausbildung dran, als Gärtner, Fachrichtung Baumschule, hier bei der Pflanzenschau in Hombrechtikon. Komm mit, wir zeigen dir jetzt unseren Arbeitsalltag. Hier in der Pflanzenschau wird mega gut auf uns Lehrling geachtet. Es wird uns alles ganz genau erklärt. Und die ganzen Abläufe werden gezeigt, bis man rauskommt. Das ist mega gut. Bei uns im Betrieb haben wir drei Abteilungen. Da wäre es erst mal der Schaugarten, wo unsere Kunden sich die Inspirationen holen können für ihren Garten zu Hause. Dann wäre noch der Container, wo wir unsere Pflanzen in den Töpfen kultivieren. Zu guter Letzt haben wir noch das Freeland, wo wir unsere Pflanzen im Boden kultivieren. Wir sind da ein mega cooles Team in der Pflanzenschau und wir haben es immer lustig beim Arbeiten. Wir haben auch super Ausbildner und einen sehr lieben Chef. Einmal in der Woche haben wir eine Lehrlingsstunde. Dort haben wir die Möglichkeit, uns einzubringen oder ein Thema oder einen Arbeitsablauf noch einmal ganz genau anzuschauen. Wir haben besonders viele grosse Isoltair-Kölze. Aber von Kleinstreichern über japanische Ahorn bis zu Formkölz haben wir da wirklich sehr, sehr vieles. Was man zu einer Lehre als Baumschulist mitbringen muss, ist, es muss wetterfest sein, es muss Freude in der Natur haben und natürlich sehr tief fähig sein. Ich würde mich am liebsten gerade nur mal bewerben. Unsere Ausbildner sind wirklich sehr kompetent, weil sie uns alles zeigen und erklären können. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich jetzt in der Pflanzenschau AG zum Prächtigen. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.